Reicht Loppen ich habe aber gerade noch mal Waffen, glaube ich gehabt jetzt kommt erst mal die, die kann zu Feuer nicht angreifen, Scheiße und gegen gehen, gegen gehen, gegen gehen du musst bei den Großen hinten auf diesen Punkt ziehen, da kriegen Ach ne sagst du nur noch mal oh, da kommen jetzt noch die ganzen anderen ja, mitgekriegt schubst mich nicht, schubst mich nicht, schubst mich nicht oh, da sind viele bei mir durchgekommen oh, alles bei mir erst wir sind tot, das war 13% an das Ding nur noch hinten ok ja, guckst mal auf dem Map ok, gut, wir haben einen schönen Arsch nochmal für die Ehren ein paar Kills so, ihr kommt nicht durch berufen und Ehre ok aber richtig verkackt weißt du zufällig, wie spät es ist? also hier wie spät, ja klar weiß ich das, das ist 820, das ist cool ich hab zwei Kills mehr als du oh na gut, I'm a name, I'm a name ja warte, ich unterbreche einmal ganz kurz die Aufnahme ja und dann ich unterbreche jetzt mal die Aufnahme, ja so, herzlich willkommen zurück und wir sind immer noch jetzt erst zu zweit aber eventuell kommt noch ein Dritter heute aber ich glaub, wir haben ja wie lange waren das jetzt noch? drei Stunden haben wir nur noch Zeit, ne? jep genau, gut er hat noch sieben ja, gut ähm welche Map wollten wir jetzt nehmen? ah, warte, ich hab den Namen vergessen das war, glaub ich, Glades, oder ne? Glades, genau das Ganze in, was für ne Dings nochmal? ach so, difficult, nicht hard äh, survive und das Ganze immer noch in Bounty und ich glaub, wir machen einfach mal wollen wir einmal easy machen oder normal lassen? mir ist es egal, ähm gut, dann lass ich nochmal Aftermatch also Aftermath, hast du das? nein warte mal, ich guck mal selber so als Host durch ich kann dir denn wahrscheinlich auch nicht join Facility, Complex, Glades Arry, Bridge und Mine wie lange dauert denn so ein Singleplayer einmal ein Level? also, wann schaltet man denn was Neues frei und so? ach, das dauert halt ok, gut das dauert schon so ein bisschen, also ich drück einfach mal jetzt auf Start einfach mal auf Glades ich brauchte nur Glade eingeben, dann bin ich dich schon so, yeah doch mal, Schlemming grießt noch hin dann kann Schlemming mich rechts machen, du machst links und ich bin dann hier äh, der Typ, der DDA ja äh, hab ich alles? klar, hab ich alles accept accept und ich bin drin wollen wir diesmal Seiten tauschen? geht immer nach rechts, oh Feigling bleibt bei meiner Lane die Lane hier ist schön, die mag ich krieg hin die ist schön easy für dich ich muss aber sagen, das Spiel macht Spaß, also es ist eine ganz klare Kaufempfehlung ich muss ja ein bisschen Werbung für das Spiel machen, sonst kriege ich natürlich so gehört sich das Krieg Mecker von Krise Hauer ja von der Firma, ich rede der Spieler, schlechtes dann muss ich sagen, mal geiles Spiel, geiles Spiel und ich bin den Tod geschossen, doch nicht, ich lebe noch da kommt ein Scatter hin, da kommt ein Lightning hin ich baue erstmal wieder alle meine Blöcke hier hin übliche übliches Verfahren bei mir Scatter wow, jetzt bin ich aber in den Tod geschammt äh, ich will bei dir mal spawnen hilf mir mal was willst du? was willst du? nee, sonst kann ich keine Blöcke mehr bauen ich baue jetzt erstmal ein Blöcke ich wollte eigentlich noch ein Lightning hinbauen, aber ich baue erstmal Blöcke ok, mach das schau, dass wir das Ding nicht ein Blöcke einbauen könnten das wäre dann ganz witzig block 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 land kein Kommentar was äh ist doch block land ja ja klar äh, dann mach ich da noch mal hin so, ich bin bereit, ne? ja, warte ich muss erstmal jetzt noch Dings hinbauen dann kommt ein Lightning und dann kommt noch ein davon und noch mal ein davon und dann auch, ich bin komplett pleite einfach mal starten ja, ich auch jetzt kann ich newbie ihn he 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 boom so, da hinten kommt was an womit fiel sich dann am besten rauf mit der Rex? ne, war ne scheiß Idee ne Schotty auch schlechte Idee einfach mal entgegen gehen tach ihr alter, dass die so wackeln müssen first down bei mir auch und zweiter und au, der schubst nicht alter na, dass die so wackeln müssen bei mir ist alles down, glaube ich was brauchst du da hinten so lange? die wackeln mir zu sehr ja also echt, ey, was spiel ich hier mit so einem Noob rum, ey? ähm, naja, wer brauchte letztes Mal noch voll die Hilfe? du äh, nee, ich musste bei dir öfter mal rüber ja, dann ja, das sagen sie immer alle äh, wie viel hab ich dann, reicht das noch dafür? 20? nö, vier Stück hab ich noch okay, ich bin schon wieder bereit ähm ich hab zwei aufgewertet, danach waren mein Geld alle wie viele kamen bei dir? auch nur drei oder mehr? fünf ja, ja also auch nur drei ne, vier Stück kamen, glaube ich bei mir kamen nur drei, hehe ja, blöder Sack ready start the game me Attacke ich glaub auch wieder entgegen hm oh, die muss ich mal von hinten abschießen, dann kann ich nicht entgegen laufen äh, blöse blöd oder oder ja, aber nicht wenn au man merkt an, wenn man gegen dieses Chaos also gegen diese rote Abgrenzung läuft dann stirbt man ne, dann kommst du wieder ein Telefon ja mein ich ja es ist für mich in dem Spiel hier sterben wie willst du sonst hier sterben? haha, ich zähle Bock zu dir tot schubsmächtig gesagt ja, ich hab wieder vier Stück, du auch? so, schön Geld erstmal aufwerten hier und dann auch was neues bauen nochmal sowas und dann nochmal ein Lightning und dann einmal upgraden ne ich hab schon wieder nur vier bei mir bleiben immer vier übrig next wave oh, sind das die kleinen oder die großen? weiß ich nicht bin ja mal gespannt was? was? ich hab jetzt die erste Reihe auf zwei Reste auf ein sind die Waffe gehabt ok ja, so in etwa auch ich hab ja auch die erste Reihe auf zwei in der nächsten Reihe auch schon ein bisschen was New Titans New Titans New Titans oh, nachladen ja, so alto Tag Ea lauft nur vorbei, genau, gut Idee 2, alto oh, ich hab grad zwei mit einer Schottie gekillt so sah das jedenfalls gerade aus ja, so alle geht, ko wir haben gleich viel Geld, schade so äh dann wieder eins Gitter vielleicht ab äh, dann baue ich da am besten mal einen Gatlin hin gleich mit ab äh ok, ich hab hier nur zwei ich wurde grad in Skype angeschrieben, aber ist mir grad egal weil ich bin ja grad in eine Aufnahme, da macht man ja sowas nicht einfach mal in Skype gehen jetzt wechselt er auf einmal in Skype ne, könnte ich nicht, dann würde die Aufnahme pausieren und die würden das merken, weil mal so ein paar Sekunden fehlen mhm rein rein jetzt fehlen auf einmal so ein paar Sekunden nur youtuber ja, aber ich hab hier grad zu kämpfen so jetzt sind die Geschütze auch dran die ersten schon fast erlegt und dann kommen die Geschütze erst lad mal nach bei mir schon fast alles so ja, ich hab bis jetzt erst einmal eine Waffe bei mir gehabt da feld joh öh Äh, erste Reihe einmal upen. Äh, 62, nein, vergammt, verkehrt, Taste. Davon könnte ich mir nochmal... Ach, ich hab noch bis jetzt gar keine Waffe gehabt. Das erste Mal jetzt eine Waffe gehabt. Aber dafür sind meine Türme. Ich hab schon 1 auf 4. Ich hab, glaube ich, dafür ein bisschen mehr als... Mal gucken, ob die Karte... War nicht unbedingt. Aber meine sind, glaube ich, im Schnitt besser. Was kommt denn diesmal? Ja, ne, eigentlich fast alles 3. Oh, deine Lieblingszeile, die mit der Rüstung. Ja, genau getroffen. Mit dem Raketenwerfer. Aber der hat leider gerade eine Rüstung an. Okay, den lasse ich erstmal vorbeiziehen. Erstmal hier das Scheiß-Augen-Ding. Die haben beide eine beschissene Rüstung, ey. Aber erstmal hier. Ja, aber mir auch. Die mit den Augen, weil die Rüstung können die Türme runter machen. Die Augentypen sind ja so doof, die... zu treffen. Alter, dass die so wackeln müssen. Nee, ich guck's nicht. Oh mein Gott. Alter, die haben hier beide Rüstung. Die wollen hier beide durch. Bei mir haben alle 3 Rüstung. Einer ist bei mir schon verrückt. Nee, bei mir haben alle 3 Rüstung. Komm mal rüber, wenn du kannst. Bei mir haben alle 3 Rüstung. Bei mir ist alles durch. So. Okay, bei mir kommen auch noch sehr viele durch, wenn sie nicht jetzt langsam mal die Rüstung verlieren. Alter, verliert die Rüstung. Alter, dass die bei mir nie die Rüstung verlieren. Alter, warum kriegt die keine Rüstung down? Alter, WTF. Okay, der hat die Rüstung. Ach, behindert. So schieße ich schon die ganze Zeit drauf. Okay. Slowfield aufbauen, würde ich mal sagen. Warte mal, nicht mehr Zeit, den einmal. Schön, ähm, hab ich denn die Dinger. Ah, die kommen demnächst aber nicht mehr. Okay, ich bin mal wieder pleite. Nach 3 Slowfieldern mit Upgrade. Alter. Habe ich nicht mehr. So. Alter, die haben auch ein... Hoffnung, dass diesmal klappt. Aber warum ist es bei dir? Hat es durchgegangen? Wie schlecht bist du denn überhaupt? Ich hab mich nicht auf die Bäume konzentriert. Auch wie ein Standbild. Die muss ich erstmal wie ein bisschen kommen lassen. Bevor ich den offen... Äh, muss es kommen lassen. Ganz zart. Schubs ruhig nicht. Die Türme sind auch zu doof, hinten raufzuschießen. Scheiße, ich bin auch in Slowfield. Schotti. 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 Schotti, Schubs nicht. Worte fragt, was denn das? Oh mein Gott, was kommt denn jetzt da noch alles an? Okay, bei mir kommt was durch. Ich hab mich letzte Runde irgendwie besser geschlagen. Ja, auch ein bisschen wenigstens. Okay, bei mir kommt ganz viel durch. Dito. Aber bei mir war die noch nicht mal da. Ja. Ja, ne? Also, letztes Mal waren wir irgendwie besser. Und ich hab irgendwie mal ein paar Kids mehr als du. Komischerweise. Einen. Einen. Einer hat der Penner. Egal, machen wir nochmal. Aber eine andere Map einmal. Abwechslung für die Zuschauer. Ach Gott. Ja, komm, du musst noch ein bisschen an die Zuschauer denken. Pass auf, jetzt kommen die Kommentare. Nee, die Map ist geil. Ja, muss kommen. Oder ich hab ne super Idee, ich unterbrech. Sonst hast du Schreie. Ja, ich unterbrech einmal die Aufnahme, spiel ganz kurz Singleplayer und hoffe, dass ich mal ne Map freischalte und dann können wir nochmal eine andere Map zeigen. Weil du hast ja schon ein paar andere Maps freigespielt. Ja, wenn ich hoste, hab ich auch genau die gleichen. Was? Bringt nichts. Ich hab ja auch schon zwei, ich hab schon drei Singleplayer gemacht. Ich kann bei anderen Maps joinen, aber herstellen kann ich immer noch die gleichen wie du. Also, wird nicht springen. Ach so, mal gucken, ob... Warte, ich möchte mal gucken, ob ich auch anderen... Game and Map. Mine, Bridge, Arc, Late, Complex, Facility, Ultimate, Aftershock. Ah, da kann ich auch anderen joinen. Refresh. Aha, aha. Einmal ganz kurz muss ich einmal die Aufnahme unterbrechen.